Löschen meine lieben Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, äh, nicht Let's Play, äh, Minecraft Multiplayer meinte ich ja, sorry, bin immer noch im Let's Play Fieber irgendwie. Ja, ähm, wir sind heute wieder auf dem Mineplex, ja, aber hoffe ich hab's diesmal richtig ausgesprochen, Mineplex, und ich würd sagen, wir gehen heute wieder in Master Builders rein. Diese Folge kommt jetzt, ähm, morgen, während ich in der Schule bin, morgen haben wir nicht lange, 5 Stunden, am Donnerstag kommt ja GTA 5 an, endlich, da kommt ein Unboxing-Video. Ah, ist jetzt so geil, was? Achso, hey, 3, 4 Spieler, okay, 5, 6, okay, wird immer mehr, ja, ich würd sagen, wir holen uns nochmal einen, oder? Komm. Ähm, I can build it, yes, I can, ja, der gute alte amerikanische Spruch, yes, I, ne, yes, we can, heißt es ja, stimmt, okay. So, und heute nehm ich auch mal in einer neuen Qualität auf, nämlich, ich nehm heute in, ähm, äh, war das jetzt 19.000 oder 12.000 KBS, oder wie das Ding heißt, das, also höchste Studioqualität, mit meinem Mikrofon, mit meinem neuen hier, hoffe man hört den Unterschied, und eine Minute. Eine fucking Minute? Ich hol mal nochmal, ah, jetzt, wegen mir sind jetzt auf 17 runter, und ich war wirklich, ohne Scheiß jetzt hier, in diesem Server, der letzte, der noch drauf konnte, es sind ja, 1551, und es waren 1550 Leute drauf, ich so, oh mein Gott, für die Aufnahme, bitte, bitte, und ich bin doch noch reingekommen. Ja, ist ja auch logisch, ich meine, ich war ja auch der letzte, der letzte hat immer Glück, hoffentlich auch diesmal, oh Gott, was würden wir diesmal bauen? Baue ein Pokémon, ach du Scheiße. Ja, gehört jetzt Pokémon, ja, was sollen wir denn für ein Pokémon bauen? Ich würde sagen, wir bauen, ähm, ein Pokéball, oder? Hat doch was mit Pokémon zu tun, ein Pokéball, oder? Ja, normal schon. Also, wir fangen an, ähm, vielleicht gewinnen wir ja auch mal, kann ja sein, dass wir mal gewinnen. So, ich würde es so sehr mir erwünschen, und was habe ich hier jetzt falsch gemacht? Irgendwas habe ich doch falsch, ne, doch nicht, oder? Ne, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nur eins zu tief gesetzt. Jetzt dürfte es richtig sein. Ja, jetzt kann man es so lassen. So, und die anderen sind schon schwer am Bauen nebendran bestimmt jetzt. Und hoffe, man versteht mich auch gut, ich habe jetzt leider keinen Aufnahmetest gemacht vorher, weil es ist spät, es ist gleich 22 Uhr, und ich möchte nicht so spät schlafen gehen, weil ich weiß nicht, ob wir morgen irgendwas schreiben. Ich vergesse mal alles. Hoffentlich nicht. So. Und das wird bestimmt ein Fehler, oder? Das wird ein Fehler, bestimmt. Und da ist bestimmt jetzt so ein Master-Bilder dabei und baut Pikachu hier eins zu eins nach. Ja, werdet ihr von mir nie sehen, dass ich einen Pikachu eins zu eins nachbauen kann? Ne, von mir nicht. So. Die Pokémon-Bälle sind doch immer so rund außenrum, oder? Na, ich kann jetzt nicht ins Internet, weil ich spiele ja im Vollbild-Modus. Und heute kommen auch zwei Runden-Master-Bilder. Weil ist ja scheißegal, wie lange es geht, kann auch 20 Minuten gehen. Und Master-Bilder kommt so gut bei euch an, deswegen habe ich so gedacht, komm, mache ich eine ganze Staffel draus. Also ab jetzt kommt eine ganze Staffel Master-Bilders. Ja, da wird bestimmt der eine oder andere sagen, yay, Master-Bilder ist eine ganze Staffel von SashiLP. Da freut sich doch jeder drauf, jeder Mensch. Oder wartet mal, das kann man hier so machen. Oh Gott, hoffentlich werden wir fertig. Jetzt habe ich mich ein bisschen verflixt, hier mit dem Pokéball zu bauen. Genau, Pokémon, komm, schnapp sie dir. Und nein, ich singe jetzt nicht hier irgendwelche Pokémon-Lieder. Ich kann die nicht mehr auswendig. Ich habe das früher in meiner Kindheit immer geguckt. Aber heute gucke ich das nicht mehr. Und nein, ich bin kein Pokémon-Hater. Nur weil ich nicht mehr gucke. Ich finde es einfach irgendwie, ja... Ich gucke lieber so Spielfilme oder irgendwas. Oder so Serien wie, was weiß ich. Ja, was kann man denn gucken? Zum Beispiel letztens lief... Ähm, hier. San Andreas lief letztens oder so. Jetzt hier keine Werbung. Das war auch ein geiler Film. Kann ich nur empfehlen, San Andreas. Das ist so ein Weltuntergangsfilm, ist das. Sehr geil. So, natürlich auf Blu-Ray, weil im Kino... Ich bin noch keine 16, ich bin erst 15. Deswegen darf ich in dem Kino noch nicht gucken. So, und sieht das jetzt aus wie ein Pokéball? Oh Gott, Leute, das wird ein Mega-Fail bestimmt. Das wird bestimmt ein Mega-Fail hier, das. Man kann ja noch daneben schreiben, Pokéball, oder? Komm. Po. Poke. So, Poke. Ball, genau. Ja, one minute hier, ich weiß. So, und das sieht doch nun mal so richtig schon schön aus, oder? Pokéball. Ja, man kann es so lassen. So, jetzt schnell das Thumbmail gemacht fürs... fürs Dings, äh, Screenshot fürs Thumbmail. Ja, muss immer in der Aufnahme sein, weil ich meine... Ich kann ja nicht, wenn das Spiel rum ist, ein Thumbmail erstellen, weil... Ähm, ich kenne leider kein Programm, wo automatisch Screenshots macht. Wenn ihr, liebe Community, ein Programm kennt, wo automatisch Screenshots macht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn es geht, auch mit Link, das wäre viel besser, dann muss ich halt immer so stundenlang suchen. Also dann derjenige, der bekäme von mir sofort ein Like, natürlich. Ja, und ich hoffe, euch hat auch dieses kleine Spiel in der letzten Folge gefallen, mit dem Ton. Ähm, es ist bis jetzt noch nicht erraten. Es hat jetzt zwei Kommentare, aber ich glaube, da waren zwei falsche dabei. Ja, da hat einer irgendwas gemeint mit einer Konsole. Es war so ähnlich wie eine Konsole. Aber, naja, ich würde sagen, wir machen jetzt alles weg. Und es geht los. Time is up. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ich kenne die Pokémon nicht alle, deswegen mache ich jetzt alles mal... Ja, das ist jetzt hier... Komm, ich mache einfach gut. Der hat sich viel Mühe gegeben hier. Sehr groß gebaut. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein... Ist das ein Pikachu? Oder ein Raichu? Kann auch ein Raichu sein. Ja, ich glaube, ein Raichu ist das. Oh, kleiner Pokéball. Wie ich? Ja, da mache ich mal... Jo, it's okay. Nicht gerade so viel Mühe hier. Kleiner Pokéball gebaut. Jo. Und haben Pokéball the Failure? Oh, nee, doch nicht. Oh, jetzt kommt bestimmt meins. Oh, das ist meins. Pokéball. Leute, bitte. Wer wäre es richtig? Ah, Bild bei Sascha steht. Wir sind durchgekommen. Yay. Äh, what the fuck? Oh, my eyes are bleeding. What the fuck, Alter. Das ist ein... Ähm... Da hat gerade einer amazing gemacht. Ähm, ich würde sagen, das ist ein... Oh, das ist ein kleines Raichu. Da mache ich mal gut. Das sieht schön aus. Pixelart hier. Ja, aber das vorhin, dieser... Ähm... Dieser... Dieser, äh... Dieses männliche Geschlechtsorgan, das da war. Das war doch kein Pokémon. Warum hat das keinen Fehler gekriegt? Was ist ein... Jetzt sagt mal ehrlich. Ein Penis. Es gibt kein Pokémon, das Penis heißt. Oh, das ist auch süß. Mach ich mal... It's okay. Ja, it's okay. Ist natürlich wieder nach meinen Bewertungen hier. Euer, bitte in die Kommentare schreiben. Wie in der letzten Folge. Oh. Das ist ein... So ein Geister-Pokémon, glaube ich. Da mache ich mal... Ja, es ist Pixelart. Mach ich einfach mal... It's okay. Komm. Und schade, dass man seine eigene Bewertung werden kann. Er wäre ein bisschen assi. Das ist bestimmt von dem hier. Pipi, cool. Und... Kommt nun der Gewinner. Oh, das ist ein... Ein Flam... Äh... Ein Flamli. Oder wie die Dinge heißen. Flamora. Da mache ich mal... Ja, komm. Der hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Mach einfach mal... It's good. Komm. Gut. Ja. Nice. Okay, da hat einer nice geschrieben. Oh, was haben wir denn hier? Ein Pokéball. Und ein kleines Dings. Ja. It's okay. Komm. Das hier ist nicht so viel Mühe. Das hier ist... Joa, kann es gelten lassen. It's okay. So. Wakely. It's okay. Und, was haben wir hier? Ist das ein Pokémon? Da mache ich mal... Äh... Nee. Das wollte bestimmt ein Pokémon werden. Ja, würde ich auch sagen. Nee. Oh, ein kleiner Pokéball. Ja. Äh. Äh. Nee, mache ich da. Ist jetzt ganz fertig und... Es ist nicht gerade so viel. Also, ich hätte das in... In fast... Noch nicht mal in einer Minute gebaut. Ja, Fehler. Nee, das war nichts. Und... Gewonnen hat... Oh. PB Cool hat gewonnen. Ja, schönes... Äh... Flemly hast du hier gebaut. Und ich würde sagen, wir gehen gleich schon in die zweite Runde. Und auch die letzte Runde. Weil, ähm... Wenn ihr wollt, dass ich drei Runden mache, schreibt es in die Kommentare, dann kann es sein, dass nur ein Video kommt, aber... Dann habt ihr drei Runden am Tag. Oder wir machen immer zwei Videos, dann habt ihr vier Runden. Also, sucht euch aus, ähm... Manchmal ein Video am Tag mit drei Runden oder vier... Vier Runden am Tag mit zwei Videos, mittags und abends eins. Also, es kommt ja meistens immer morgens. Also, es ist immer unterschiedlich morgens oder mittags, dann kommt immer noch abends eins. Meistens kommt es immer mittags, so gegen zwölf Uhr. Also, Leute, guckt am besten immer, bis auf in den Ferien, so gegen zwölf Uhr auf meinem Kanal morgens vorbei. Ihr könnt ja auch in der Schule mal in der Pause auf dem Handy gucken, wenn ihr wollt. Wer... wer Internet habt, wer Internet hat, kann ja gucken. Und es geht los. Oh mein Gott. Oh, wir sind wieder hier in dieser Halle. Und das müssen wir diesmal bauen. Eine Statue. Okay, ich würde sagen, Leute, dafür, ähm... Bauen wir eine kleine Minecraft-Statue. Ähm, wir fangen an mit, äh... Mit dem schönen Ding hier. So, komm, einmal. Zweimal. So, das sind dann die Schuhe. Dann machen wir hier schön die Hose hin. Na, hier die Hose. Und wenn ihr wollt, dass ich auch mal vielleicht mit ein paar Kumpels... Wenn mein, ähm, Teamspeak mal gehen würde. Das funktioniert nämlich immer noch nicht. Wenn das mal gehen würde, dann kann ich auch mit einem Kumpelspaar mal ein bisschen, äh, Privatserver spielen. So einen eigenen Privatmasterbilder-Server so machen. So mieten. Für, was weiß ich, monatlich ein paar Euro so rum. Ja. Das wird bestimmt schön hier, das. Natürlich eure Bewertungen zu meinen oder auch zu den anderen Sachen. Bei den anderen natürlich den Namen dabei schreiben. Bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr bei dem kleinen... Wenn ihr bei dieser kleinen Umfrage hier teilnehmen wollt, wer besser war und so. Ja, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt auch mich bewerten, wenn ihr wollt. So. Äh. Ist ja mit der als Gesichtsfarbe. Ach, ich komm. Wir nehmen einfach das. Ach, ich komm. Das hat sich mir da gerade falsch angehört. Ach, ich komm. Ja. Ach, komm wollte ich gerade sagen. Sorry. Sorry. So. So. Und noch dreieinhalb Minuten. Ach, ah je. Da haben wir ja noch Zeit. So. Ja, das sieht jetzt ein bisschen lustig aus. Aber das ist ja so. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar blaue Augen. Ja. So. Und der Mund. Ja, was was machen wir mit dem? Den Mund. Äh. Ja, den Mund. Äh, lol. Das sieht jetzt ein bisschen lol aus. Ja, zweieinhalb Minuten. Äh, komm. Lassen wir es einfach so. Ja, komm. So. Dann noch als, ähm, Nase den Punkt hierhin. Oder wir machen es einfach so. Kommt. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen komisch, wird das jetzt hier. So. Gucken, was die anderen so gebaut haben, alle. Und jetzt noch schnell hier außen das Fertisch bauen. So. Ja, das kann man so lassen. Und dann vielleicht noch ein paar Haare auf dem Kopf oben. Hm. Komm, machen wir einfach mal meine Haarfarbe. Ich hab hellbraun. So. Einfach hellbraun oben. So. Ja, es ist hellbraun. So, und hoffentlich wird es auch als schön bezeichnet, sag ich jetzt einfach mal. Ich würd sagen, ich hab nämlich was gesehen, bei einem Kumpel im Video. Change Ground. Da machen wir einfach mal Grass. Seht ihr, jetzt hat man hier Grasboden drin. Und ich würd sagen, äh, Partikel, Partikel, Partikel. Da machen wir, ähm, Footstep. Ja. Hier überall so ein bisschen Footstep hin. Hier ein bisschen Footstep noch. Fünf Seconds, okay. Ja, der hat jetzt eben einen fahren lassen. Da fliegt er so ein bisschen rau um den rum. Time is up. Ja, ich find's schön, die kleine Statue. Oh, da ist was Schönes. Ähm, it's good. Komm, der hat sich ein bisschen Mühe gegeben mit dem innen drin und alles. Hier. Oh, sorry. Ja, gut. Ich mach zweimal gut. Schön. Und was gibt's noch so? Jetzt kommt schon wieder einer, wo so ein Ding gebaut hat. Ja. Ähm, das ist eher eine... Ist das eine Statue? Da mach ich einfach mal... It's okay, komm. So ein schöner Glasbaum. Und was gibt's? Fehler, oder? Oh. Ja, nee, doch kein Fehler. Oh, das ist meine. Build by Sascha Steg. Das kommt schon wieder so ein Master, oder? Das ist cool. Mach ich einfach mal. It's okay. Nicht grad so viel Mühe, aber ist cool gemacht. Und gibt's einen Fehler? Nee. Wow. Oh. Mach ich mal wow. Da mach ich mal. Ja, gut. Sieht cool aus mit den Feuereffekten und alles mit dem Feuer. Hier so ein bisschen Farben abgewechselt. Schon ein bisschen Mühe gegeben hier mit den Farben. Ist ja aus meiner Sicht. Wie ihr es bewertet, wie immer, schreibt es in die Kommentare. Oh. Ja, gut. Komm. Gut. Ja, gut. Einfach. So. Gut. Ihr habt mich überredet. Gut. Gleich die Folge auch wieder rum. Schade. By Hunter Gamer. Oh. Kleines Baby. Ja, Pixel Art. Ich find Pixel Art immer so geil. Deswegen, gut. Sorry. Pixel Art. Ja. Ich mag Pixel Art, wirklich. Der PBP Cool ist wieder dabei gewesen. Natürlich, wenn jemand ein Video erkannt wird, bitte die Kommentare reinschreiben. Oh. Da mach ich, äh. Ja, gut. Komm. Sieht geil aus. So eine alte Oma hier. Übertrifft ganz den Minecraft-Geschmack. Mit den Haaren. Ach, hätte ich mal können auch machen. Mit den Haaren. Banner. Stimmt. Oh. Oh. Ein Link. Link. Oh. Aus Legend of Zelda. Cool. Da mach ich mal. Naja. Der Kopf ist nicht so schön. Ja. It's okay. Komm. Komm. It's okay. Mann. Meine Katze mischt raus. Ähm. Was ist das? Ich kann es leider nicht entziffern. Ich mach Mäh. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das eine Statue? Bestimmt Fehler, oder? Oh. Imperate Build. Click to vote. What the fuck ist das? Nicht grad viel Mühe. Ich mach einfach mal Mäh. Komm. Mäh. 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 Ist bestimmt ein Fehler, oder? Ja. Fehler. Hab ich doch richtig gevotet. Oh. Das ist von der Gyrups Pyramide. Ja. It's okay. Ja. Du kannst gleich raus. Ja. Meine Katze kratzt an der Tür, weil sie raus möchte. Aber ich kann sie während der Aufnahme einfach die Katze rauslassen. Und gewonnen hat X an die Dation. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ich würd sagen, wir verlassen den Server. Ich hoffe, euch hat diese Folge Minecraft Master Builders gefallen. Mir hat's wieder sehr schön, äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würd sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was es ist, weiß ich noch nicht. Und ich würd sagen, ich lass jetzt meine Katze, ja, hat man grad bestimmt gehört. Ich lass jetzt meine Katze raus, bevor die hier mein ganzes Zimmer abreißt. Yo. Wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.